So, und jetzt gehen wir zu den Schweinen. Jawohl, tut mir leid, wie konnte ich es wagen? Wie konnte ich es wagen? Wir sind immer noch nicht bei den Schweinen. Streamen macht so viel Spaß, YouTube macht so viel Spaß, privat ist alles super, den Hunden geht's gut, wir holen uns gleich Schweine, YouTube macht so viel Spaß, Vloggen ist so geil. Ich bin so gespannt, was ihr zu dem Vlog heute sagt. Außer der Schnee gerade, fuck, es ist Winter. Ich habe im Winter aufgehört. Dankeschön, Tattlesquad, für die 100 Bits. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Und hallo nochmal Mary, und hallo Ellie und ein Wunderschön. Alles Weltklasse gerade. So, ah, ich bin, ich bin, ich stinke. Wartet mal, ich packe mich hier hin, dann sieht man auch, was ich an Items da habe. Und Dankeschön Let's Finity für die 100 Bits und Dankeschön The Jackanon für den Prime. Willkommen bei den Eumeln. Ich wünsche dir einen wunderschönen Aufenthalt in meinem Stream. Danke, danke, Dankeschön. Und danke für die Abos, Tio. Und hallo denkbar. Du musst dich aufwärmen, das fängt ja großartig an. Hallo Ninta, ähm, habe ich nicht schon bessere Schuhe gecraftet gehabt? Ich habe sogar schon Pelzschuhe an. Ich habe sogar schon Pelzschuhe an, aber ich sollte mir vielleicht noch Handschuhe machen. und generell vielleicht irgendwas. Ich glaube, die Schuhe wurden mir ja auch empfohlen, ne? Leder und Leinengarn. Ich weiß ja nicht, ob ich genug Leinengarn habe. Dankeschön, Jackso. Haben wir Spitz auch geholt, das macht so süchtig, das macht so viel Spaß. So, wir müssen da hin. Äh, wir sind, das ist jetzt der zweite Winter, oder? Ja, Jahr zwei. Hallo Blattfuß. So, haben wir noch Leinengarn? Leder haben wir. Leinengarn haben wir nicht mehr. Macht man Leinengarn nicht aus Flachshalm? Japp, geil. Das freut mich, ich habe heute Erwachsenenkram erledigt, Rechnungen gezahlt, Wäsche gewaschen und so weiter. Mega gut. Ich finde sowas immer ultra satisfying, wenn man quasi da, oh, ich brauche viel mehr Flachshalm. Ähm, wenn man, ähm, so Erwachsenen Sachen fertig bekommt. Ich finde sowas immer ultra, ultra satisfying. Okay, dann gehen wir mal hinauf in den Ort und besorgen uns noch ein bisschen mehr Flachshalm. Noch ein bisschen mehr Flachshalm einfach. So, Dankeschön, Lea Xana. Vielen lieben, Lea Xana, so, vielen lieben Dank für die vier Monate. Und ganz viel Spaß hier weiter. Dankeschön. So, Holzbolzen, die verkaufen wir. Für die kriegen wir bestimmt auch ein bisschen Geld. Ähm, äh, und die Fiolen verkaufen wir auch alle. Die brauchen wir auch alle nicht. Ähm, ähm, äh, und die Fiolen verkaufen wir auch alle. Hm. Hm. So. Da können wir nebenbei mal schön draufhauen. Und dann geht's nach oben. Das ist eh nicht so weit weg von der Strecke. Danke für die 100 Bits. Meine Mitbewohnerin sagt dazu, Lebensadministration, das finde ich so ein passendes Wort für wachsenden Kram. Das ist ein unfassbar passendes Wort. Das ist ein unfassbar passendes Wort und das ist richtig zutreffend. Holy shit. Lebensadministration. Lebensadministration ist auch, wenn ich es schaffe, meinen Kühlschrank vollzuhalten. Mein Tag heute ist auch super geil. Ähm, hatte erst keinen Bock. Acht Uhr früh aufgestanden, war jemandem aus der Familie helfen. Nochmal kurz einkaufen. Und bin für heute mit Erledigungen fertig. Ich bin auch so happy momentan. Total schön zu hören. Ah, das ist so schön. Das freut mich so. Diese Positivität, ne. Ich hatte das Gefühl, ich war dazwischen auch so. Ich war echt ein bisschen garstig in den letzten Wochen. Und ich merke das immer an der Menge von meinem Twitter-Konsum, beziehungsweise wie viel ich selber Twitter auch nutze, ähm, wenn ich dann so garstig werde. Und ich habe das Gefühl, so Podcast und jetzt Blog, der kommt und, ähm, Videos und so, sind einfach eine viel bessere Art und Weise, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Weil Twitter ist so eine, eine Toxic-Scheiße einfach. Und ich bin, es tut mir einfach ganz gut mal auch nicht, auch nicht dort unterwegs zu sein. und nicht immer alles mitzubekommen. Ha, da drüben. So. Hallo, sie. Ja, zeig mir deine Ware. Also als erstes darfst du meine hölzernen Fiolen kaufen. Und dann darfst du auch noch... Wollte ich nicht die Bolzen verkaufen? Ja. So. Und dann wollten wir Flax. Das ist halt teuer, ne? Das ist halt teuer. Hallo, Quertz. Äh, brauche ich nicht unbedingt. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt gerade. Ja, ich bin rechtlich gelaufen. Ich war mir gerade kurz nicht sicher. Dankeschön, Bexy. Vielen lieben Dank für die drei Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Oh, Jack so Black, das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Lass es dir gut gehen, auf jeden Fall. Twitter ist so viel Hass und Ablehnung. Hauptsache seine eiligen eigenen Ansichtsweisen in die einzigen... Äh... Ja, das unterschreibe ich so. Das ist in vielerlei Hinsicht leider wirklich so. Dann danke für die 200-Bits-Garagentroll. Dankeschön, Dankeschön. Ah, mir fehlt Stroh. Ich werde hier gleich erfrieren. Ah, lauf. 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 Ich habe übersehen, dass ich nicht mehr genug Fackeln mit habe. Ja, ja, ich brauche Flachshalme für Leinen. Auf jeden Fall. Aber, ähm... Die mache ich mir gleich selber. So. Erstmal hier nebenbei... Immer ein bisschen auf den Zaun hauen. Dann wird er irgendwann stückchenweise fertig. Ich vermisse die Zeit, in der wir lustige Wortspiele auf Twitter gemacht haben. Musste bei Dalu nerven. Flachshalme. Flechtzauni. Es wird langsam. Es wird langsam mit dem Garten. So, und dann muss ich mal ganz kurz hier hin. Oder ein bisschen dreschen. Doc. 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 Einfach alt gedrückt halten, Azzi, wenn man neben jemandem steht. Ach, und ich habe nicht genug Leder geholt, glaube ich, ne? Und ich habe nicht genug Leder geholt. Ich glaube, ich mache auch immer noch zu wenig Leder. Damit ich da wirklich was bekomme. Ich brauche auf jeden Fall eine zweite Jagdhütte. Auf jeden Fall. So. Nein, ich brauche euch gar nicht. Ich will das Spinnrad. Ah, ich habe mich eher gedrückt. Oh, was für eine süße Animation. Was für eine süße, was für eine süße Animation. Und jetzt müsste ich mir eigentlich Handschuhe machen können. Ich habe nicht genug Leder. Imagine. Es scheitert an fucking Leder. Ja. Ah, da ist jetzt ein Zaun. Ich muss mich jetzt noch umgewöhnen, dass ich andersrum laufen muss. So, Flachshalm rüber. Ähm, Leinensahnen rüber. Die werden wir jetzt im, ähm, dann bald anpflanzen. Bogen habe ich mit. Habe ich auch Pfeile mit? Ja. Das heißt, wir können mal eben schnell einen Hasen oder so töten gehen. Wir brauchen ja nur zwei Leder. So viel brauchen wir ja gar nicht. Müsste eigentlich gleich irgendwo hier in der Nähe sein. Da liegt ein Holzspeer. Klassiker. Habe ich auch irgendwann hier vergessen. Ups. Da vorne sind Hasen. Habe ich meinen Bogen gar nicht ausgerüstet? Ah, ich habe ja meinen langen Bogen weggegeben für eine Quest, ich Idiot. Mein guter Langbogen. Aber es ist auch insane. Ich will doch nur Handschuhe. Scheiße, der gibt Pelz und kein Leder. Ich kann mich einfach nicht gewöhnen an diese Animationen. Kurz aufwärmen. movements. Ich kann mich einfachen. ... ... Spannende Musik Was ich den zweiten verfehlt habe, war dumm. Ja, wo ist das denn jetzt hin? Welches ist es denn jetzt? Ich sehe halt auch keine Blutspur mehr. Ich will nicht alle anschießen. Weil der stirbt ja trotzdem jetzt. Na, super. Ich glaube, das war das Richtige. Das ist mit einem Schlag gestorben, obwohl ich nicht den Kopf getroffen habe. Dann wird das schon gestimmt haben. Ach, guck mal, da sind meine Dorfeinwohner. Gut, dann haben wir jetzt genug Leder. Geil. Dankeschön, Siladrill. Vielen lieben Dank für die 47 Monate. Und Dankeschön, Sikron, für den Host. Ein Wunderschön. Was habt ihr gemacht? Das zappert wenigstens nicht, ja. Also die Hasen finde ich ganz schlimm. Also ich finde es generell, finde das Jagen allgemein, äh. Aber Hasen finde ich richtig ganz, ganz schlimm hier. Hallo, McDen. So, bekomme ich jetzt meine Handschuhe. Ja. Das ist ja alles, was ich eigentlich haben wollte. Dicke Lederhandschuhe für den Winter. Geil. Dann wird mir jetzt vielleicht nicht mehr so schnell kalt. Ich meine, die anderen Schemen lernen wäre ja auch geil. Aber ein einfaches Leinengewebe. Ich kriege das halt alles noch nicht gecraftet. Wollstoff. Die sind ja lustig. Woher soll ich das denn alles schon haben? Ich kriege eigentlich nur eine fucking Mütze gecraftet. Ah, ich nutze die Rocket Vulcan. Centario. Ich bin übelstes Rocket Fangirl. Der Vlog ist online. Ich muss mal ganz kurz auf Instagram posten, dass der online ist. Post den Link gerne hier rein. Ja, auf jeden Fall. Post den Link gerne hier rein. Ich muss nur ganz kurz, ich muss nur ganz kurz. Dankeschön für den Host, Godombra. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ich muss hier nur ganz kurz. Ich muss hier nur ganz kurz. one Mal. Vielen Dank. Ich muss das auch noch irgendwie, man kann halt Stories leider nicht vorab planen. Ich kann nicht sagen, die Story soll um, ich kann nicht sagen, die Story soll auf jeden Fall um 12 Uhr live gehen. Das ist halt so ein bisschen, auf Twitter hätte ich es vorausplanen können, da habe ich es einfach vergessen. Aber auf Instagram ist halt so ein... Geil. Wie lange hast du die schon in Benutzung? Weil ich bei der Wolken jetzt öfter gelesen habe, dass die Lackierung der Tasten sich schnell ablöst. Das war tatsächlich ein Produktionsfehler, der entstanden ist, weil es während Corona Lieferverzögerungen gab und Rocket sich mit dem Bedruck von Tastaturen Hilfe geholt hat, angemietet hat von quasi Fabriken, mit denen sie normalerweise nicht zusammenarbeiten. Also da waren ein paar einzelne Bestände davon betroffen, aber generell haben die Rocket-Produkte keine Probleme mit dem Abblättern. Und das, was du jetzt auch kaufen kannst, hat auch keine Probleme mit dem Abblättern. Zumindest meines Wissens nach nicht mehr. Das war wirklich einfach nur leider Corona-bedingt falsche, wie soll ich sagen, falsche Aushilfe gesucht quasi. Hallo Mafflen. Hallo Mafflen. Geil, habe ich gepostet. Nice. Hallo der Muffin. Die Hühner bringen irgendwann mal Eier. Denkbar. Also Santario, ich bin eine schlechte Person, um zu fragen, welche Tastatur du nehmen sollst, weil ich mich tatsächlich durch die Wolken überhaupt erst verliebt habe in die ganzen Rocket-Produkte. Ich bin ein riesiger Wolken-Fan, was die Tastaturen angeht. Das ist meines Erachtens nach die beste Tastatur ever. Hallöchen Ramoah und Hallolina. Oh Gott, ich habe es gerade laut gemacht, das wollte ich nicht. So, schön. Gucken wir nachher. Hallo Xcloud. Was wollen wir noch? Was wollen wir noch? Was wollte ich gerade machen? Ah, ich habe noch einen Hirschkopf, den ich noch loswerden möchte. Pelz. Stroh brauche ich auch nicht gerade. Ja, eigentlich habe ich die Karotten schon angepflanzt. Ach, guckt mal, jetzt sieht man meine fetten Handschuhe. Das sieht lustig aus. Ja, ich habe die Wolken Pro. Haben diese Rocket-Tastatur nicht alle diese schwebenden Tasten? Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist Roggen. Das ist auch Roggen. Das ist auch Roggen. Das ist auch Roggen. Was ist das? Karotte. Perfekt. Das ist schon angepflanzt. Der fleißige Dude hat schon gemacht. Okay, das ist gepflügt. Was kann ich denn? Oder vielmehr, was will ich denn noch anpflanzen jetzt? Hallo Schiedl. Dann ist allein das Design der Grund, warum ich Roggen überhaupt nicht mag. Hä? Was? Ich finde die mega hübsch. Wild. Wild. Aber da so gehen Geschmäcker auseinander, ne? Wir produzieren einfach selber, wir produzieren einfach selber nicht genug Leder und das treibt mich in den Wahnsinn. Ich muss eigentlich noch eine komplett neue Holzfällerhütte bauen, weil wir einfach nicht genug Leder produzieren. Also noch eine komplette Jagdhütte einfach. Also noch eine komplette Jagdhütte einfach. Dann packe ich die andere einfach hier nach oben. Ich will die halt auch nicht so nah nebeneinander haben. Also wir hatten uns ja überlegt, hier kommen ja jetzt die ganzen Fischer und so weiter hin. Hier kommt der Gasthof hin. Hier entsteht gerade so ein bisschen das Stadtzentrum. Hier haben wir ein bisschen schon mehr nach außen, wobei wir diese zwei Häuser wahrscheinlich sogar noch weiter raus verschieben werden. Dann bietet sich an, hier vielleicht noch einen Jäger hinzupacken. Weil hier kommen dann auch noch Tiere hin. Wahrscheinlich Ziegen oder sowas. Das heißt, ich lasse hier einfach mal noch frei für Ziegenfelder und so. Hier ist der Weg, den wir haben. Und dann packe ich die Hütte einfach hier hin. Aber das würde auch wenig Sinn ergeben, dass der Jäger an dem Weg ist. Dann vielleicht auch wirklich ein bisschen sogar weiter noch hier rein. Produzieren Schweine nachher kein Leder? Nee, ich glaube, die produzieren in erster Linie dumm. Ich weiß es nicht. Ich werde es rausfinden. Aber Jäger brauche ich ja trotzdem immer. Ja, das Gelände ist zu uneben, um hier zu bauen. Das ist doof. Dankeschön, Bettiger Eumann, für die 17 Monate und den Tier 2-Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Schiedelmann kommt noch ran. Das ist das ganz Coole am Lagerhaus aufwerten. Du kommst immer noch an die Materialien ran. Das haben sie sehr cool gemacht. Ha, das ist alles zu uneben hier. Da lässt er mich halt nicht bauen. Das ist halt scheißen. Hier würde er mich wieder bauen lassen. Aber hier wollte ich ja Ziegenfelder hinpacken. Und wenn ich es hier auf die andere Seite packe... Ich meine, Jäger sind ja allgemein immer so ein bisschen weiter abseits, oder? Dankeschön, Käpt'n Zuko, für die 12 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Hallo, Pascal. Wir müssen vielleicht erst die Bäume weg, um zu bauen. Ja, aber ich glaube, hier ist das Unebene eher das Problem, weil das echt ultra steil ist. Ich weiß halt nur nicht, wie... Also hier sind halt auch schon wieder Banditenlager. Ah. Nein, man kann den Boden leider noch nicht ebnen. Also ich werde halt eines meiner Jagdhäuser, das hier, das ich hier habe, werde ich noch weiter darüber raussetzen. Aber ich weiß halt nicht, will ich beide Jäger zusammenpacken, ist die Frage. Macht es nicht vom Kopf viel mehr, also von der Logik viel mehr Sinn, dass ich die Jäger quasi in unterschiedliche Richtungen auseinandergelegt habe? Also den einen zum Beispiel in diese Richtung und den anderen in diese Richtung. Hast du gepupst? Offensichtlich. Weil die Jäger würden sich ja sonst, sie wären ja sonst quasi in... Sonst würden sie ja im gleichen Jagdgebiet quasi voneinander jagen. Oder? Weiß ich nicht. Macht das Sinn? Ich habe keinen Überblick. Welche Maus benutzt du? Äh, ich glaube, das ist... Boah, ich vergesse mal, wie die heißt. Mhm, und es steht auch irgendwie nicht drauf. Ich glaube, es ist die Imo. Ich glaube, für das Spiel ist das egal. Für das Spiel ist das völlig egal, weil das Spiel generiert einen festen Wert als Ertrag. Diese Frage stellt sich mir tatsächlich nur für die Logik meines Dorfes, weil ich halt überlege, wie ich mein Dorf planen soll. Das ist das Hexenwerk. Das ist halt super schief, ne? Das ist halt ultra schief. Und da sind wir halt schon wieder ultra weit weg. Stimmt, Nick war ja bei Annis Pen & Paper auch mit dabei. Ich habe Annis Pen & Paper einfach vergessen. Also, ich kannte Nick ja. Also, ich kenne den ja content-technisch. Auf jeden Fall. Ich hatte nur nicht auf dem Schirm, dass wir uns bei Annis Pen & Paper persönlich begegnet sind. Das war... Das war der Brainfart. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Weil ich einfach... Ich habe dieses ganze Pen & Paper einfach vergessen. Dass es da noch eins gegeben hat. Ich denke immer nur an das erste Halloween-Pen & Paper. Oh, jetzt werden die Kommentare voll sein mit was? Wie, du kennst die nicht mehr? Scheiße. Nicht mitgedacht. Wie gefällt es euch sonst? Ich weiß nicht, wo ich es hinpacken soll. Mann. Hashtag abgehoben. Nee, einfach nur... Corona macht mein Hirn platt. Also, Corona macht einfach mein Hirn platt. Ich habe keinen Überblick mehr, welches Event irgendwo live stattgefunden hat und welches nicht. Super lustig. Freut mich. Richtung Wasserfall. Ja, hier kann ich überall nicht bauen. Hier kann ich überall nicht bauen, weil es zu uneben ist. Und hier wollte ich eigentlich noch Ziegen hinpacken. Oder Kühe oder so. Weil sich das hier mit den Feldern halt gut anbietet, hier noch Ziegen hinzupacken. Hä, meine Leute hungern? No, ich bin gerne hier mit den Feldern. Danke. 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 Ich hatte vor kurzem auch Quarantäne, war nochmal krankgeschrieben, hab das Gefühl, dass mein Hirn auf Werkantstellung zurückgesetzt wurde. Das ist bei mir definitiv so. Aber ist das vegane Cordon Bleu wirklich so gut? Ja. Ja, das ist insane. Also das ist wirklich insane. Hallo Salmonellen Rudi und hallo Timo und Jackson. Ja. 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 Ich bräuchte jetzt halt hier noch das Wohnhaus dazu. Eigentlich. Dafür brauche ich jetzt aber noch ne Schaufel. Ich glaube ne Schaufel habe ich nicht mit. Muss ich schnell holen oder kann ich da schnell eine bauen. Holzscheife. Dafür bräuchte ich eigentlich nur zwei Stämme. Hallo Sportler. Ja extrem Heike. Extrem. Das Rügenwalder vegane Cordon Bleu. Über das reden wir gerade. Das ist mega gut. Mega, 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 mega gut. Ich habe halt so manchmal das Gefühl, dass die veganen Produkte so ein bisschen trocken wirken und das Cordon Bleu, das vegane, halt überhaupt nicht. Das ist insane. Ja. 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 Dann wird das da so eng. Das finde ich eigentlich nicht so gut. das ist halt also hier würde ich halt schon gern noch ein haus hinpacken aber halt eher für die Tiere ich will halt hier dann was will ich denn hier überhaupt noch das ist vielleicht die andere frage was kommt da jetzt wirklich realistisch noch hin also felder fang ich ja sowieso schon an da drüben zu setzen das heißt tiertechnisch was kommt denn tiertechnisch noch tiertechnisch bekommt da kommen noch viele sachen und hier könnte ich halt theoretisch gesehen die schafe und die ziegen dann hinpacken da würden die sich halt echt gut machen aber die schafe und die ziegen brauchen auch nicht den ganzen platz die kühe würde ich auch weiter draußen eher in die andere richtung hinpacken das heißt eigentlich realistisch betrachtet brauche ich ja nur platz für ziegen hier für für schafe und ziegen hier in der ecke eigentlich das heißt wenn ich das jetzt einfach schon mal planen würde das heißt wenn ich sagen würde wir packen hier die ziegen hin warum lässt er mich da nicht hoch bauen warum lässt er mich da nicht hoch bauen vielleicht sollte ich erst mal ach der blockiert das hier allgemein weil das zu nah an der straße ist also vielleicht eher so hier ja so geht's so dann hätten wir hier auch ein eingangs tor und hätten dann quasi so dann Das wäre halt riesig. Aber dann leben die Schafe, Ziegen, whatever, auf jeden Fall auch auf einem guten Spot. Also das würde ich eigentlich schon echt hübsch finden. So, ich gehe mal schlafen, weil ich sehe, also in der Nacht sehe ich eh nicht so viel beim Bauen. Hallo, Darkly. Hallo, Terrarian. So, erst mal essen. Und dann müssen wir erst mal Stroh holen gehen, damit wir neue Fackeln bauen können, sonst frieren wir gleich des Todes. Ja. Der jammert nämlich schon. Ah, ich weiß, dass mir kalt ist. Ich weiß, dass mir kalt ist. Ich kriege es mit. Geil. Geil. Dann haben wir das jetzt wieder. Ich freue mich schon richtig auf den Frühling in dem Spiel. Ich freue mich richtig auf den Frühling. So. Willst du nicht den Fluss noch dazu nehmen oder müssen Tiere nicht trinken? Dann hättest du das doch gleich in der Wasserquelle mit bei. Die müssen nicht trinken, die werden in ihren Häusern gefüttert. Die kriegen ja so einen Stall dazu noch. Würde ich aber auch von meinem RP Fantasy Gedankengang nicht machen, weil der Fluss fließt halt quasi ab. Also der fließt halt von links nach rechts, wenn wir jetzt gerade so gucken. Das heißt, wenn ich die Ziegen ganz links ins Wasser lasse, kommt bei den Leuten unten der von den Ziegen angeschissene und dreckige Fach an. Deswegen ist, wenn dann, wenn dann hier quasi Dorfmitbewohner ihre Sachen waschen würden, wäre es halt taktisch nicht klug, wenn da oben die Ziegen drinnen stehen. So, von der Idee her. Das wäre voll beschissen. Ja, in der Tat. Hallöchen, Snowall. So, dann würden wir hier einmal den Stockzaun auseinandernehmen und ein Gatter einbauen. Man sieht sehr schlecht auf dem Schnee. So, dann gehen. So, woran scheitert der Scheiß jetzt hier? Ich glaube, das weiß das Ding selber nicht so genau, woran das da jetzt scheitern wollte. So. Aber dann haben wir hier jetzt auf jeden Fall einen Ziegenenclosure. Ich versuche jetzt nur, ob ich das vielleicht doch noch ein bisschen mehr so gebaut bekomme. Ich will einfach nur gucken, ob er mich das... Der lässt mich den Zaun halt maximal auf diese Nähe bringen. Aber das wäre halt auch schon besser eigentlich. Dann ist der Cutter nicht so krass. Dann hätten wir quasi hier das Gatter. Und dann hätten wir hier... Da lässt er mich aber den Zaun jetzt nicht setzen. Hier geht's. Aber hier lässt er mich nicht setzen. Pain. Aber hier schon. Okay. Wollen wir nochmal ein bisschen umplanen? Ja. Das geht. Da ist ein bisschen eine Lücke drin, aber... Das ist auch ein Ziegenenclosure. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn da ein bisschen eine Lücke drin ist. Man kann die Tiere auch benennen, ja? Hallo, Wintermädchen. Und dann haben wir das. Und dann haben wir das. Und dann wissen wir jetzt auch, dass wir... Also hier kommen dann die Ziegen hin. Aber dann könnten wir hier noch eine Jägerhütte bauen. Oder noch ein großes Farmhaus. Okay, das große Farmhaus ist zu groß. Das müsste doch mehr als genug Platz sein, um hier noch eine Hütte reinzupacken. Warum will das... Ich habe das Gefühl, ich sehe durch den Schnee einfach nicht gut genug. Und dieser Baum da hinten ist ein Hindernis, ne? Ich glaube, ich muss diesen Baum hier wegmachen. Ich glaube, der Baum macht uns da das Leben gerade schwer. Leider. Ich fand den eigentlich sehr schön. Aber... Wenn er stört, dann muss er weg. So, dann probieren wir es jetzt nochmal. Wenn ich jetzt hier diese Hütte nochmal versuche zu setzen. Wenn die da jetzt trotzdem nicht hin kann, heule ich. Die kann trotzdem nicht hin. Was blockiert denn? Was... Was... Ist der andere Baum auch noch im Problem? Jetzt muss ich mir hier die ganzen schönen Bäume wegknallen. Dabei sahen die so schön aus. Und jetzt... Müssen die da alle weg. Ist das ärgerlich. So. Die Zweige sammeln wir auch noch schnell auf. Dann kann sich wirklich niemand beschweren. So. Nächster Versuch. Haus. Ah, jetzt. Aber jetzt können wir, glaube ich, auch ein großes hinpacken. Ja. Die Frage ist nur, wie gedreht? Also, wo wäre jetzt realistisch gesehen... In welche Richtung wäre dieses Haus jetzt realistisch gesehen gedreht? Weil das Dorf ist halt in diese Richtung. Aber hier ist halt so ein Weg. Deswegen... Eigentlich müsste das zu dem Weg gedreht sein. Und auf der Rückseite von dem großen Haus müsste noch ein kleines Häuschen sein, Rücken an Rücken, das Richtung Dorf gedreht ist. Eigentlich. 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 Ja. Und da. Nein. Das war mir. Ich bin... Besucher. Ja, die Frage, naja, die andere Frage ist, planen wir hier auch noch eine Palissade? Kommt hier vielleicht sogar noch eine Palissade ran, ist die Frage. Weil wenn hier noch eine Palissade rankommt, dann könnte das große Haus auch Richtung Dings gedreht sein. Hallo Schrotinski. Ich glaube, wir drehen das anders hin. Ich glaube, ich finde das anders hübscher. Ich glaube, wir drehen das so hin und das Ding bekommt auch einfach noch einen Zaun dahinter. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter vor. Und dann haben wir vielleicht hier... Ja. Bis zum nächsten Mal. dann haben wir hier noch drei bäume so abschließend das ist dann eigentlich ganz hübsch und dann könnte man hier theoretisch gesehen und dann können wir hier noch ein bisschen schlafen und dann können wir hier noch ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann haben wir hier halt die Ziegen drin und hier kommst du halt rein und dann hast du hier noch so drei Bäume, dann hast du hier eine Hütte und hier sind wir halt schon wieder im Dorf drinnen quasi Das finde ich eigentlich ganz hübsch Das finde ich eigentlich ganz süß Von der Idee her Aber Pia macht dann akkurat das SimCity draus Hä? Wo mach ich denn ein SimCity draus? Ich halt mich doch eh schon so krass zurück Frechheit Ich halt mich doch eh schon so krass zurück So Hallo, Ventus. Das wird richtig süß. Das wird richtig süß und die Bäume lassen wir da stehen. Dann haben wir hier eine zweite Jägerhütte. Dann haben wir hier das Haus vom Jäger, das quasi dazu kommt. Und hier haben wir noch ein Bauernhaus. Das wird richtig süß, das gefällt mir richtig gut. Dankeschön, Rippmar, für die neuen Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. So, ich verhungere gleich, weil ich so im Bauwahnsinn bin. Pierre plant gerade nur das Nordviertel vom Dorf. Ja, muss ich doch. Irgendwann muss ich doch anfangen. Wir müssen größer werden. Ich brauche ja neue Wohnhäuser und alles. Kacke, das sind zu viele Steine. Gut, ähm, warum habe ich Brennholz im Inventar, ist die andere Frage. Na, das geht. Ja, man braucht auf jeden Fall einen Förster. Das ist auf jeden Fall ein Beruf, der noch reinkommen sollte. Wovon hängt das eigentlich ab, wie viele Tiere man haben kann? Du musst die freischalten, die unterschiedlichen Ställe. Du kannst, glaube ich, einfach so viele Ställe bauen, wie du halt Gebäude bauen kannst. So. Wenn da einmal das Fundament steht, dann sehen wir auch ein bisschen besser, wie das dann letztendlich aussehen wird. Deswegen einmal hier schön das Fundament stellen. Ich glaube, ein Jahr 5 übertrumpft Piersdorf, das gute alte Prag. Nein. Hä, ich übertreibe doch gar nicht so krass. Ich finde nicht, dass ich so krass übertreibe. Übertreibe ich so krass? Nie, oder? Nein. Bis zum nächsten Mal.